Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Ja, wir bauen uns hier ein kleines Bauerndorf. So die Überlegung. Jetzt kann man gucken. Zooeingang. Eingang für Gäste geöffnet. Ah ne, muss schon... Zooeingang. Aber ich kann hier nicht auswählen, ob die Tür geöffnet ist, oder? Farbeditor, Gruppe auswählen, bewegen. Ne. Die Tür ist, glaube ich, immer offen. Also ich kann halt sagen, der Eingang an sich ist geöffnet oder eben nicht. Das machen wir, glaube ich, mal weg. Das machen wir mal nach da hinten. Ach so. Aha. Da brauchen wir das. Dann kopieren wir das noch geschwind. Und ziehen das mal hier rüber. So, und den hier... ...bewegen wir auch mal. So. Passt. Okay. Hier könnten wir noch einen Imbisswagen hinmachen, ne? Fällt mir da gerade so ein. Äh, Einrichtungen. Transport, Medien, Betriebsmittel, Gäste-Einrichtungen. Genau, so ein Food-Wagen. Wie drehe ich den? Ach so, mit Y. Der kann weiter darüber. Ups, soweit auch nicht. Bisschen dicht am Zaun, aber eben nur... Wobei, ich könnte noch ein bisschen drehen. Ups. So, steht da gut. Äh... Da müssen wir jetzt aber noch... ...Imbissstand reinmachen. Karosserie. So. ist das nicht die oder müssen die hierhin okay moment dann machen wir dich vielleicht auf die seite machen wir den da in den food truck um 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 Dann können wir farblich noch ein bisschen umgestalten, ein bisschen bunter. Das machen wir auch in rot, den in gelb. Machen wir das so. So. Okay, passt. Dann muss das hier aber noch weg. Das fällt weg und den müssen wir schieben. Die schieben wir auch. Ja, muss noch ein bisschen. Das muss noch ein bisschen. So, und die hier auch. Da fehlt noch einer. So, jetzt. So, sehr gut. Dann können wir den hier wegtun. Da kriege ich keinen hin. Da muss ich mal gucken, was ich da stattdessen hin mache. Was haben wir denn schickes? Machen wir mal eher hier, ne? Beleuchtung wäre natürlich noch nicht unwichtig. Lampenschirm. Arktis Laternenpfahl. Arktis Wandbeleuchtung. Arktis Wandbeleuchtung. Eher nein. Äh, nein. Also, das ist eh alles DLC, ne? Nicht gekaufte blenden wir mal aus. Die will ich nicht. Nicht gekaufte können wir ausblenden. Die sind, glaube ich, ganz gut. Die könnte ich mir gut vorstellen, dass die in so einem, die oder halt Fackeln, dann nordafrikanisch, südafrikanisch, nee, Afrika eher nicht. Meine Mütte hier. So. So. Reicht erst mal. Die muss noch ein bisschen tiefer. Passt. Beleuchtung. Ne, Natur wollte ich. Felsen, Pflanzen. Irgendwelche größeren hier hinten. Brombeerstrauch. Brombeerstrauch. Busch, nicht. Drosselbär. Brombeerstrauch. So. Und dann hier vorne vielleicht noch ein bisschen Brombeerstrauch. Brombeerstrauch. So. Brombeerstrauch. 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 Doch, das ist doch ganz schick, würde ich sagen. Brombeerstrauch. 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 So, machen wir da Fächerblumen hin. Und irgendwie einen kleinen Zaun oder sowas. Bau, Z, A, U, N. Irgendwas Kleines hätte ich gerne. Nee, so klein auch wieder nicht. Lattenzaun. Planet Zoo Zaun. Oder wir machen... Stamm. So groß vielleicht auch nicht. Ist doch auch ein kleiner. Oder wir setzen den halt entsprechend tief. No. No. So. 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 Das ist doch ganz hübsch. So. 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 sind die süß. Junge Schwäne. Ach, wie niedlich. Die sind ja mal niedlich. So, sehr schön. Ja, da muss ich mal gucken, wie bauen wir denn hier weiter? Da haben wir natürlich noch die Gebäude. Da muss ich, glaube ich, mal für Fußgänger verboten machen. Barriere nicht. Nähe, Einrichtungen. Gäste. Toiletten. Informationen. Mitarbeiter. Ist das eher hier dabei? Handelszentrum, Werkstatt, Quarantäne, Tierpfleger. Tierbivarien. Betriebsmittel. Mülleimer, Bänke, Sicherheit. Ah, hier haben wir doch was. Gästebarriere. Barrieren Schild. Und, ähm, ähm, so. Und das bauen wir aber. Da haben wir nochmal Stamm. Sehr gut. Und Holz. Einen Meter. Einen Meter. Bewegen. So. Move. Das machen wir da hin. Bewegen. Bewegen. So. Dann kommen da jetzt schon mal keine mehr durch, hoffe ich. Sprach's und... Was machst du hier? Ausbildungsstufe. Ach, du bist Mitarbeiter. Okay. Okay. Ne, dann habe ich nichts gesagt. Mitarbeiter dürfen. Äh, Bänke brauchen wir noch, ne? Einrichtungen. Bänke. Planet Zoo Bank. Aquatische Bank. Europäische Bank. Ich glaube, wir nehmen die hier. Planet Zoo Bank. Machen wir hier auch mal noch eine hin. Ah, Bänke können wir hier auch schön hin machen, ne? Hm, hm. So. Haben wir da auch schon mal ein bisschen was. Farblich ersetzen kann ich, oder farblich gestalten kann ich das nicht, ne? Nicht füttern. Kameras können wir auf jeden Fall noch hin machen. Machen wir mal da oben unter das Dach. Schade, dass ich die farblich nicht einfärben kann. In Planet Zoo, äh, Planet Coaster ging das nämlich. Da konnte man die farblich anpassen. Aber gut. Das ist eben Planet Zoo, nicht Planet Coaster, ne? Oh, da habe ich ja die Bank direkt vor den Weg gesetzt. So war das nicht gedacht. Da müssen wir aber auch nochmal gucken. Das. Muss dann ja. Ja, so. So, dass wir da den Durchgang haben. Da können wir noch was vor das Haus setzen. Alpenjohannisbeere. Was haben wir denn noch Interessantes? Azalea. Alpenmannstreu. Orchidee. Orchidee. Hmm. Den können wir da noch hin tun. Der ist auch hübsch. Glaube ich, ob wir das hohe Gras wegmachen. Und wir brauchen Blumenkästen. Kasten. Klassisch Blumenkasten. Zwei Meter. Gibt es keine anderen? Blumen. Blumenkorb. Hmm. Hier nicht. Gibt es hier was? Blumen. Gibt es hier auch Blumenkäste da? Hm. Klassisches Blumenbeet. Das könnten wir da hin machen. Hoppala. Das war so nicht gedacht. Erde leicht. Gras kurz. So. Das hätten wir. Ähm. Dann haben wir hier nämlich den Weg wieder. Lampen. Beleuchtung. Da brauchen wir natürlich keine Blumen. Hängelampen. Australisch. Die wäre ganz schick. LED-Schild. Ne. Wollen wir denn so eine Wandhalterung. Ah. Die passt. So. Oder machen wir die daneben. Ich glaube wir machen sie besser daneben. So. Die Wandleuchte machen wir daneben. Auf der anderen Seite brauchen wir auch noch eine. Beleuchtung. Dann haben wir da nämlich auch Beleuchtung. Bearbeiten Gruppe 5. Kann man glaube ich beenden. Blumen. Blumen. Wo waren denn die Beete da? Klassisches Blumenbeet. Machen wir mal hier hin. So. Können wir auch im Kreis. So gebogen. Aber eher so. Dann brauchen wir so eins noch. So und wie ich sehe ist die Zeit auch schon längst wieder um. Deswegen sage ich mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like. Einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.